Herzlich Willkommen im Erdkunde-LK, dem YouTube-Kanal rund um erdkundliche Themen in der gymnasialen Oberstufe. Im heutigen Video geht es um das Modell des demografischen Übergangs. Das versuche ich euch ganz kurz zu erläutern, euch die einzelnen Phasen des Modells zu erklären. Dann versuche ich euch zu erzählen, wofür ihr das wahrscheinlich irgendwann mal brauchen werdet. Und ganz am Schluss gebe ich euch noch ein paar Lerntipps, die vielleicht nützlich für die nächste Klausur sein könnten. Okay, das Modell des demografischen Übergangs. Es basiert auf Analysen der amerikanischen Demografen Warren S. Thompson und Frank W. Nolstein aus den 1920ern und 1930er Jahren. Es untersucht wurden der Verlauf der Geburten und Sterberaten der europäischen Länder im Verlauf der Industrialisierung. Also die Datenerhebung ist schon etwas her. Es besteht insgesamt aus fünf Phasen. Einerseits dem agrarischen Bevölkerungsprozess, dem frühindustriellen Bevölkerungsprozess, dem industriellen Bevölkerungsprozess, dem Bevölkerungsprozess der fortgeschrittenen Industrieländer und letztlich dem postindustriellen Bevölkerungsprozess. In euren Büchern findet ihr wahrscheinlich Abbildungen wie diese hier. Fünf Phasen sind gekennzeichnet. Hier habe ich die Farbe Grün für die Geburtenrate genommen, grün gepunktet oder grün gestrichelt, grau gepunktet die Sterberate und mit einem roten Strich dargestellt die Zuwachsrate der Bevölkerung. Die Phase 1. Dort finden wir eine konstant hohe Geburtenrate, eine ebenfalls konstant hohe Sterberate und demzufolge eine niedrige und konstante Zuwachsrate der Bevölkerung. Das ist, wie eben schon erwähnt, der agrarische Bevölkerungsprozess. Diese Phase war gekennzeichnet davon, dass es kein oder kaum Wissen über Verhütung gab. Verhütungsmittel, wie wir sie heute kennen, waren quasi gar nicht verfügbar. Fehlendes Sozialsystem, schlechte Hygiene. Es gab häufig und viele Epidemien. Es gab insgesamt unzureichende medizinische Versorgung, eine hohe Kindersterblichkeitsrate, phasenweise schlechte Lebensmittelversorgung und auch Hungersnöte. Die gesellschaftliche Stellung der Frauen war insgesamt schlecht und das Ansehen der Familie hängt unter anderem von der Anzahl der Kinder ab. Kommen wir zur zweiten Phase. Wir haben weiterhin eine konstant hohe Geburtenrate, eine leicht sinkende Sterberate, folglich eine leicht steigende Zuwachsrate der Bevölkerung. Das ist die Phase 2, der frühe industrielle Bevölkerungsprozess. Weiterhin herrscht geringes Wissen über Verhütung vor. Es gibt keine Verhütungsmittel, ein fehlendes Sozialsystem. Gesellschaftliche Stellung der Frauen ist weiterhin schlecht. Ansehen der Familie hängt unter anderem von der Kinderanzahl ab. Also genauso wie in Phase 1. Ab dieser Phase sinkende Kindersterblichkeit, verbesserte Lebensmittelversorgung, es gibt keine Hungersnöte mehr. Wir haben eine verbesserte medizinische Versorgung und unter anderem kommen die ersten Impfungen auf. Machen wir weiter mit Phase 3. Die Geburtenrate sinkt, die Sterberate sinkt ebenfalls weiter und erreicht ein recht niedriges Niveau. Die Zuwachsrate der Bevölkerung steigt weiter. Das ist die Phase 3, der industrielle Bevölkerungsprozess. Ab dieser Phase finden wir folgende Aspekte vor. Stark verbesserte medizinische Versorgung, die Lebenserwartung erhöht sich, wir haben ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln fast überall, stark verbesserte Bildung, höhere Bildung, Verhütungsmittel zunehmend verbreitet, Verbesserung hinsichtlich der gesellschaftlichen Stellung der Frau, staatliches Sozialsystem wurde etabliert, Verbesserter Lebensstandard kommt auf, abnehmender Einfluss der Religion auf die Familienplanung und es verändert sich die Altersstruktur der Bevölkerung. Phase 4. Die Geburtenrate sinkt weiter, die Sterberate bleibt konstant niedrig, die Zuwachsrate der Bevölkerung wird wieder weniger. Phase 4. Der Bevölkerungsprozess der fortgeschrittenen Industrieländer. Wir finden einen hohen Lebensstandard vor, eine hohe Lebenserwartung bei den Menschen, wir haben gute medizinische Versorgung, weiter zunehmend hohe Bildung, Familienplanung durch Empfängnisverhütung ist sehr verbreitet. Das Streben nach materiellem Besitz wird immer größer, Veränderungen im gesellschaftlichen Wertesystem kommen auf, starke Verbesserungen hinsichtlich der gesellschaftlichen Stellung der Frau, kommt auf, ja, wir können den Begriff Gleichberechtigung verwenden, wir haben weiter abnehmenden Einfluss der Religion auf die Familienplanung und wir haben sich tiefgreifend verändernde, eine sich tiefgreifend verändernde Altersstruktur der Bevölkerung, Abnahme des Anteils der jungen Bevölkerung. Also die Anzahl der älteren Menschen nimmt deutlich zu. Kommen wir zur fünften und letzten Phase, wir haben eine konstant niedrige Geburtenrate, eine konstant niedrige Sterberate und eine konstant niedrige Zuwachsrate der Bevölkerung. Das ist Phase 5, der postindustrielle Bevölkerungsprozess. Es herrscht ein sehr hoher Lebensstandard vor, sehr hohe Lebenserwartung, es gibt sehr gute medizinische Versorgung, verbreitet hohe Bildung, Familienplanung durch Empfängnisverhütung, Streben nach materiellen Besitz, Veränderungen im gesellschaftlichen Wertesystem, die Gleichberechtigung der Frau, es gibt neue Familienstrukturen, zum Beispiel Patchwork oder Regenbogenfamilien, weiterhin abnehmender Einfluss der Religion auf die Familienplanung und eine sich tiefgreifende Veränderung Altersstruktur der Bevölkerung, weiter Abnahme des Anteils der jungen Bevölkerung, also viele ältere Menschen. Ja, das ist also das Modell, findet ihr wahrscheinlich in jedem Schulbuch oder auf Arbeitsblättern. Nun die wichtige Frage, wofür brauche ich das eigentlich? Demografische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen. Vielleicht habt ihr so eine Überschrift mal in eurer Mappe notiert oder so eine Überschrift irgendwo in eurem Erdkundebuch gefunden. Das ist nämlich Schwerpunkt im Inhaltsfeld 6 des nordrhein-westfälischen Lehrplans. Das Inhaltsfeld nennt sich sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen. Wenn man da mal reinguckt, findet man folgendes, da zitiere ich jetzt, Die Schülerinnen und Schüler erläutern anhand des Modells des demografischen Übergangs Unterschiede und Gemeinsamkeiten der demografischen Entwicklung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, sowie daraus resultierende Folgen. Und ein bisschen weiter unten findet man dann folgendes, Die Schülerinnen und Schüler bewerten Aussagemöglichkeiten und Grenzen demografischer Modelle. Ja, und genau das ist das, was ihr dann mal können sollt und dafür braucht ihr eben dieses Modell. Dieses Modell des demografischen Übergangs hat den Anspruch, trotz der Beeinflussung durch Einflussfaktoren allgemeingültige Aussagen über das generative Verhalten zu treffen. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit auf Entwicklungsländer ist jedoch umstritten. So sank zum Beispiel die Sterberate in den Entwicklungsländern nach 1950 vergleichsweise schneller als in den Industrieländern, was zu höherem anhaltenden Wachstum führte. Viele Faktoren haben einen großen Einfluss auf das generative Verhalten, diese sind jedoch andere als in den Industrieländern. Zum Beispiel das Heiratsalter, der Ausbildungsstand, traditionelle Überzeugung, Bedeutung der Ehe, Rollenverständnis beider Geschlechter. So, hier noch ein paar Lerntipps für Klausuren. Ihr solltet euch das Modell sowie die Phasen gut einprägen. Teste dich selbst, indem du etwa versuchst, die Entwicklung einer beliebigen Phase zu begründen. Also das zu erzählen, was ich euch eben zu den Phasen erzählt habe. Eine mögliche Aufgabe könnte es auch sein, ein Land, dessen Entwicklungsstand du bereits in einer vorherigen Aufgabe analysiert hast, innerhalb des Modells begründet einzuordnen. Und präge dir Argumente für bzw. gegen die Übertragbarkeit des Modells auf Entwicklungs- und Schwellenländer gut ein. Okay, soviel in aller Kürze. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche weiter viel Spaß mit erdkundlichen Themen und wünsche natürlich viel Erfolg bei anstehenden Klausuren. Bis bald mal wieder hier im Erdkunde-LK. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.